Portal gespeichert Kann ich mir hilflich sein? Ich will etwas besonderes kochen Kann das sein? Kennen wir uns? Neuer Erfolg Was führt dich zu einem alten Mann wie mir? Neuer Erfolg Hallo Jetzt holen wir unsere Tehu Schön dich kennenzulernen Gut dass du da bist Reitlizenz erhalten Neuer Erfolg Oh wir können reiten Ähm Der Lange. Äh? Ähm. Ah. Willkommen! Neuer Erfolg! Und jetzt? Achso. Guten Tag. 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 Willkommen! Hab ich doch schon. Hab ich doch schon. Ich hab doch schon doof. Ich hab schon doof, ich hab schon doof, ich hab schon doof. Was ist denn? Hm. Jetzt kann man nicht. Über Zäune springen könnte ich irgendwie kurios. Voll egal. Kann ich mir hilflich sein? Oh. Das fruchtbare Klima von Celestia ist ein wahrer Segen für jeden Koch. Das fruchtbare Klima von Celestia ist ein wahrer Segen für jeden Kopf. Das fruchtbare Klima von Celestia ist ein wahrer Segen für jeden, wo man sich befindet. Das fruchtbare Klima von Celestia ist ein eigenes Bild. Hm, da unten hin. To gun. Okay. Könnte ich so sehen. Was kann ich für dich tun? Ähm. Ach, wir sollen reisen. Hm. 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 Hm, da hinten. Da geben wir mal jetzt hin. Ich muss mich echt zusammenreißen, sonst... Ich muss mich nicht verletzen, aber ich muss mich nicht verletzen, aber ich muss mich nicht verletzen. Nichts benötigen. Wir haben was heute hier. Oh. Dann mal abkürzen. und wieder reisen portal gespeichert da sollen wir die quest abgehen schön, euch kennenzulernen neuer Erfolg ich muss dich warnen, kehre um ich will etwas besonderes kochen aha nicht für mich nur Vitalität hier ha wo ah oh hier vorne hier hear Vielen Dank. Was ist das? Ah, hier gibt es noch mehr Sachen, die wir einsäumen können. Was machen wir mal schnell? Ähm. Ähm. Ja. Hundert. Gehen wir aber dann noch hin. Zu den Dingen. Nicht benötigen, ich habe den Weg. Wir haben die Questen fertig. Wir können uns halt... Stopp. Kann auch einen Weg machen. So, dann gehen wir mal die Küsten wieder ab. Schön, euch kennenzulernen. Oh, ja, ebenfalls. Ähm. Ich will etwas Besonderes kochen. Schön. Geht so, ich bin doch. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Es ist ein gefährlicher Ort. Ja, das war's. Okay. Ah, äh, aha. Ah, äh, aha. Hm, wir haben die Quest fertig. Oh. Ah, äh, aha. Ah, wir sollen die Leiche hoch. Oh. 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 Hm. Oh. 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 Vielen Dank.